Und was hat mir das jetzt gebracht? Was zur Hölle hat mir das jetzt gebracht? Es ist immer noch eine Holztür, die nicht geöffnet ist. Was ist hier in diesem Meer? Ich versuche jetzt einfach mal... Hä? Aha... Ah, das war vorher noch nicht offen... Gemein... Komm... So... Hinterrücks geschossen... Hinterrücks geschossen... Hm... So, dann bin ich ja mal gespannt... Aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht so weit gespielt... So... Ich weiß nicht, was jetzt passiert... Explodiert alles... Hm... 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 Heute bin ich großzügig... Ich schieße dir nur dein Hirn weg... Das macht ja keinen Unterschied bei dir! Gut, da oben ist der Endgegner... Also, ich mache ihn platt und... ...weil ich da zu schnell bei bin... Ah! 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 Wie schade... Ich hätte gerne was mit ihm besprochen... kein Mensch! Peppe! No! Nein! Ich habe hier zuerst launches! Ah! 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 So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Outlaws. Wir sind im sechsten Level. So, bei mir ist im Hintergrund gelegentlich, die Qualität zu hören. So, hallo und ich bin hier. Da braucht man den Eisenschlüsseler, Bob. Oh, der Eisenschlüssel. Waffe immer wieder wechseln, so. Dynamit ist immer willkommen. Wohoho. So. Oh. Hmm. Ich brauche den Steilschlüssel, super. So. Der ist mir wieder gut versteckt, sicher. Ich brauche den Steilschlüssel. Ich brauche den Steilschlüssel. Oh, der ist es. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des ZDF für funk, 2017